Jo, wie geht's? Und jetzt gibt's erstmal eine Runde Mod-Review und diesmal stelle ich euch den Mod Madmus vor, den ich schon 20 mal vorgestellt habe. Also bis gleich! So, da das Intro jetzt zu Ende ist, kann ich euch jetzt eigentlich erklären, um was es hier eigentlich bei diesem Mod geht. Viele werden Madmus schon kennen und auch wieder welche Kommentare schreiben, äh, ich kenn den Mod schon, du bist voll langweilig, du machst immer die gleichen Mods. Äh, ja, tut mir leid, ich aktualisiere teilweise immer meine Mods, weil ich jetzt teilweise auch die Qualität tief aufbaue und deswegen hören es einfach die Leute zu, die sich dafür interessieren. Also, wir haben hier einen netten Sound-Mod, wo man ein paar Basics hat, die verdammt wichtig sind. Und ich denke mal, auch viele wollen wissen, wie man diesen Mod entsteht, deswegen werde ich euch tatsächlich auch zeigen. Als erstes, ihr hört zum Beispiel, beim Blockplatzieren nichts anderes. Beim Blockabbauen auch nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel euer Schwert in die Hand nehmt und einfach mal damit schlagt, hört ihr jetzt einen ganz anderen Sound. Oder wenn ihr so macht, oder wenn ihr nur mit herkramt. Und, äh, man kann das natürlich auch auf die Ohren anpassen, indem man F7 drückt, kann man es an- und ausschalten. Und wenn man F7 gedruckt hält, warte mal, was ist denn das F7? Moment mal. Press F7 to tweak. Also, normalerweise kann man mit F7, äh, die, die Lautstärke regeln. Ach so, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz warten, um, wie spinnt das hier gerade ein wenig. Ähm, normalerweise drückt man, hält man F7 gedrückt und kann dann mit der Maus nach oben und nach unten gucken. Und damit kann man eindeutig dann die Lautstärke regulieren. So, aber ich drücke jetzt hier F7 und es passiert gar nichts und das regt mich schon wieder auf mit diesem Mod. Aber, ähm, normalerweise würde das funktionieren. Also ihr müsst einfach F7 gedrückt halten, um die Lautstärke zu ändern. Ihr könnt natürlich hier auch was einstellen, aber das ist davon ganz, ganz unabhängig von dem Maus Mod. Es gibt dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, wie ihr gerade im Hintergrund hört, dieses, ähm, Grillen, ähm, Grillen oder Grillen, Grillen, ja. Also man hört hier so ganz andere Temperaturgeräusche. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal nach oben geht, umso höher man kommt, umso ein anderes Geräusch wird auch gleich kommen. Man hört jetzt schon wirklich extreme Windböen hier oben. Was mich auch noch wundert, wieso kann ich denn jetzt hier nicht... Muss ich hier irgendwie was anderes drücken? Ne, normalerweise kann man hier ganz einfach, wenn man F7 gedruckt hält, äh, Dings machen. Vielleicht ist das bei mir auch gerade nur ein Bug. Also wie gesagt, einfach F7 gedruckt halten und die Maus nach oben oder nach unten gucken. Dann könnt ihr regulieren, wie laut es werden soll. Ich gucke jetzt mal nach, ob das so geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel F7 drücke, seht ihr, dass es hier oben auch leiser wird. Ich schaue jetzt mal nach, ob das mit dem Wasser auch noch vielleicht verwendet hat, wenn man jetzt ins Wasser springt, ob da was anderes kommt. Man hört zum Beispiel auch bei dem Wasser jetzt ein anderes Geräusch, wie man hören kann. Ja, und jetzt ganz kurz zur Installation. Bis gleich. Wenn ihr euch dann die ganzen Dateien runtergeladen habt, habt ihr natürlich eine Datei, die heißt einmal matmus.17 und dann die Version der, äh, 18, 19, was weiß ich, wie weit wir bis dahin schon sind. Und in dieser Raddatei sind mehrere Dateien. Ihr müsst natürlich ganz einfach in eure Prozent, app, d, a, t, a, Prozent gehen. Dann ganz einfach in das Hauptverzeichnis, wie man hier gerade sehen kann. Und dann würdet ihr diese ganzen Ordner einfach hier reinziehen. Nicht wundern, wie das jetzt bei mir nicht funktioniert, weil ich normalerweise jetzt nichts machen kann, weil ich Minecraft noch im Hintergrund offen habe. Ihr müsst also Minecraft ausmachen dafür. Und dann schiebt ihr einfach hier alles rein und dann habt ihr hier zum Beispiel, äh, solche Ordner. Und, ähm, die werden dann halt erstellt, weil hier in dieser Mods-Datei ein Matmos-Package ist. Ja, das war's eigentlich schon von diesen Mods, wie man installiert und wie hier eigentlich aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.